Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unsere beste Freundin Anne Wünsche und mal wieder um ein Placement, was ich sehr fragwürdig finde. Leider Gottes macht sie anscheinend für alles Werbung, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ich muss sagen, das geht mir wirklich langsam ziemlich auf den Keks, um es freundlich auszudrücken. Und für was sie jetzt Werbung macht, ihr habt es im Titel schon gelesen, es ist mal wieder Lottoland und das machen sehr viele Influencer. Und jetzt werden einige sagen, Mensch, mach da auch mal über andere Leute ein Video. Ich habe über Lottoland schon mal berichtet und generell das Thema Influencer und Lottoland besprochen. Allerdings möchte ich jetzt nochmal anhand ihres Beispiels auch euch aufzeigen, wie wenig sich Influencer mit der eigenen Werbung und den Produkten, die sie bewerben für ihre Follower, denen sie alles zu verdanken haben, auseinandersetzen. Denn diesmal macht das Anne Wünsche für eine Million Follower auf Instagram mal wieder so, dass sie Lottoland bewirbt und das freudestrahlend. Sie braucht Kohle, das dritte Kind ist unterwegs und ich wünsche dafür auch alles Gute. Und ja, also für ihre Familie und nur das Beste und Gesundheit. Aber wenn es dann in die Richtung geht, dass man wirklich alles bewirbt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und ich kriege auch echt komische Anfragen, wo ich sagen muss, nee, möchte ich jetzt meinen Zuschauern, auf die ja eigentlich mein Erfolg ja auch aufbaut. Ohne Zuschauer und ohne euch ist hier kein Kanal. Und ich finde es dann immer sehr tragisch, dass gerade so eine Leute, die so viel Reichweite besitzen und eigentlich ein sehr chilliges Leben führen. Ja, also so anstrengend ist sie jetzt nicht. Auch wenn man jetzt schwanger ist, aber ja, sie muss jetzt nicht einen normalen Job machen. Sie kann ein paar Insta-Stories hochladen und die Leute interessieren sich für sie. Und das ist ja auch eine Leistung. Das muss man auch erst mal schaffen. Und ja, also ich will ihr ja nichts Böses. Aber wenn es dann in diese Richtung geht, dass man halt wirklich neben Hanfgeflüster in der Schwangerschaft, hatte ich ja letzte Woche schon mal berichtet, jetzt auch Lottoland mal wieder bewirbt, dann ist es ein bisschen tragisch. Jetzt werden einige sagen, Mensch, was ist denn gegen Lottospielen? Das ist doch jedermanns Entscheidung. Und wenn da erwachsene Leute drauf Bock haben, bei sowas mitzumachen, dann ist es doch deren Entscheidung. Ja, aber man sollte dann schon mal gucken, warum vielleicht das Ganze jetzt hier nicht ganz so cool ist. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Verbraucherschutz hier angucken, Lotterieverbraucherschutz, Lottoland.com. Da steht dann auch ganz deutlich, Anbieter aus Gibraltar. Ja, na, könnt ihr ja mal unten, oder generell mal in die Landkarte gucken, wo Gibraltar ist. Das ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg von Deutschland. Und das liegt nicht in Deutschland, ja. Das ist keine Insel, die hier vor der Nordseeküste oder Ostseeküste ist. Anbieter aus Gibraltar, der Wetten auf internationale Lottoergebnisse anbietet. In Deutschland illegal. Und wenn man jetzt weiß, dass eine Wünsche ja nun mal ein hauptsächlich Follower aus Deutschland hat. Tricky, ja. Hier ist auch Gesamtbewertung mit Mangelhaft 4,8. Und Zusammenfassung, Wette auf internationale Lottoergebnisse in Deutschland nicht erlaubter Anbieter, ausländischer Veranstalter, EU-Lotto und dann keine staatliche Auszahlungsgarantie. Also wenn man da gewinnt, ist es dann auch nicht immer klar, ob man dann anscheinend die Auszahlung überhaupt bekommt. Internationale Produkte, irreführende Jackpot-Kommunikation, Kundendaten in Geekbreiter. Also müsst ihr auch auf eure Daten so ein bisschen aufpassen. Ja, schwer durchsetzbare Verbraucherschutzrechte, teilweise Steuerabzüge vom Gewinn, Teilnahme möglicherweise strafbar. Ja, also es gibt auch andere Einträge, die davon sprechen, dass die auch gar keine Lizenz besitzen in Deutschland. Ja, da sollte man ja auch drauf achten. In Deutschland braucht man für alles eine Lizenz. Und auch fürs Lotto spielen. Und gerade wenn man hier Anbieter ist, und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen auf Twitch, ist es ja auch so ein bisschen verpönt, wenn man dort Glücksspiel betreibt. Und generell muss ich auch sagen, klar ist es vielleicht verlockend, Summe X zu bekommen. Und die zahlen sehr gut. Deswegen haben auch fast alle ihr Gesicht dafür hingehalten. Also es ist ja nicht nur eine Wünsche. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht. Wie gesagt, schaut da gerne in die Playlist rein. Sondern wirklich mehrere Dutzende Leute mit enormer Reichweite, die wirklich alles in die Kamera halten. Und ich muss sagen, mich stört das massiv. Und ich finde es auch sehr schade, dass die eigenen Follower von diesen Leuten das anscheinend alle toll finden. Also Anne Wünsche hat eine Million Follower auf Instagram. Und dadurch auch einen gewissen Lifestyle, einen gewissen Luxus und auch ein relativ leichtes Leben momentan. Und da sollte man auch eigentlich sagen, okay, man tut seinen Followern und was Gutes. Und macht dann nicht Werbung für solche dubiose Gesellschaften. Also mir fehlen da sämtliche Worte. Und ich finde es einfach nur noch traurig. Durchaus interessant ist es auch, was bei Trustpilot zu Lottoland geschrieben wird. Von den Usern, die da auch selber mal gespielt haben. Und das finde ich schon ganz spannend. Ich werde jetzt mal zwei Beispiele zeigen. Ottmar vom 6. Mai 2022. Also noch ziemlich aktuell. Insgesamt hat Lottoland dort, falls euch das interessiert, 1,5 Sterne bei Trustpilot. Also nicht sonderlich viele positive Bewertungen anscheinend. Und Ottmar gibt nur einen Stern. Alles bloß nicht Lottoland. In den Händen von Betrügern der üblen Sorte. Sparen sie sich ihr Geld. Oder wenn sie doch spielen wollen, dann mit einer deutschen Firma Malta und Gibraltar sind berühmt. Für die Anzahl von betrügerischen Firmen, denen man mit Prozessen nicht beikommen kann. Und ja, durchaus ist das so der Fall. Dann schreibt dir der nächste User, Betrügerverein. Höchste Vorsicht ist bei hohen Gewinnen zu beachten. Fehlt da noch. Es ist zu erwarten, dass sich diese Kriminellen den Gewinn auszahlen lassen. Und dann verschwinden Anklage und Prozess in Malta. Selbst kleinen Beträge werden veruntreut. Obwohl mein Guthaben vor Schließung des Accounts auf mein Konto überwiesen wurde, sackten sich die Verbrecher den Betrag ein. Gut, jetzt kann man auch mal sagen, das sind jetzt irgendwelche User von Trustpilot. Und weiß man jetzt nicht, was man davon zu halten hat. Aber wenn man sich den Verbraucherschutz dann anguckt oder auch generell die Frage offen ist, wie das mit der Lizenz hier aussieht. Also wie gesagt, laut meinen Recherchen haben die keine Lizenz. Der Verbraucherschutz waren davor. Hier User, die selbst dort das mal ausprobiert haben, die da nicht mit zufrieden waren. Und Trustpilot mit 1,5 Sternen, mit dutzenden negativen Bewertungen. Da könnt ihr natürlich jetzt machen, was ihr wollt draus. Auch die Leute, die jetzt eine Wünsche total toll finden und sagen, Mensch, das ist doch super. Ich möchte auch Lottoland mitspielen. Oder ich habe da vielleicht mal positive Erfahrungen gemacht. Ich habe da 10 Euro gewonnen. Und ich habe das auch ausgezahlt bekommen. Ihr könnt es ja unten reinschreiben. Aber dass man von Glücksspiel oder von Lotto-Spielen eigentlich die Finger weglassen sollte, ist klar. Also ich bin auch so ein Mensch, ab und zu mal beim Kiosk ein paar Rubbellose mitnehmen. Und da sich dann freuen, wenn man mal 20 oder vielleicht auch mal 50 Euro gewinnt, was sehr selten ist. Aber ist ja auch mal ganz lustig. Kann ja auch mal Spaß machen. Aber man sollte auf jeden Fall, finde ich, wenn man Influencer ist mit so einer riesigen Reichweite und dann eigentlich den Followern, den eigenen, alles zu verdanken hat, da ein bisschen vorsichtiger sein. Was man bewirbt, nicht nur aufs Geld schauen, sondern vielleicht auch mal gucken, was ist das für ein Unternehmen? Was sind so die Google-Bewertungen? Das ist wirklich eine Recherche von 5 Minuten. Ich mache das jedes Mal, wenn irgendwelche Handy-Games mir schreiben und sagen, okay, ist das so ganz koscher. Und da sind zum Beispiel auch Sachen dabei, die wesentlich besser bewertet sind. Wo ich dann aber auch sage, okay, mir kommt das dann trotzdem irgendwie alles so ein bisschen dubios vor. Und dann mache ich das auch nicht immer. Also bin ich auch ganz ehrlich. Und ich glaube, Anne Wünsche dürfte durch ihre Placements wesentlich mehr verdienen. Die macht jeden Tag ein Placement als ich jetzt, der jetzt vielleicht ein oder zwei Placements im Jahr macht. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so notwendig ist und ob man dann so viel Geld braucht am Ende. Aber gut, wir sind alle irgendwie nicht satt zu kriegen. Wir wollen immer mehr. Und vielleicht ist das auch so ein generelles Generationenproblem, dass wir irgendwie sehr unzufrieden sind mit dem, was man hat und immer mehr möchte. Und das scheint mir eine Wünsche auf jeden Fall so der Fall zu sein. Ihr könnt das natürlich ihr dann wieder verzeihen und sagen, ja Mensch, ich finde die aber total toll, wie das mit den Kindern da managt. Und doch, die soll das doch auch zeigen, was sie in ihrem Alltag macht. Und die Kinder, Privatsphäre, nee, das muss doch nicht sein. Das müssen doch die Eltern entscheiden. Das kann ihr natürlich alles unten reinschreiben, wenn ihr das wieder alles so toll findet. Aber ja, ich finde auf jeden Fall diese ganzen Placements in letzter Zeit sehr fragwürdig. Und für die Leute, die jetzt sagen, Mensch, eine Wünsche, eine Wünsche, eine Wünsche. Wie gesagt, die Videos sind bei euch relativ beliebt. Und ihr entscheidet das am Ende, was häufiger kommt. Und es wird natürlich auch wieder andere Themen hier geben und gibt es ja auch zuhauf. Und da mache ich das auch nicht den Klicks nach. Ich haue auch mal ein Video raus, was dann vielleicht nur 1.000, 2.000, 3.000 Leute interessiert. Also für die Leute, die da rummeckern, schaut euch das dann an. Das soll es dann für heute gewesen sein. Schickt mir da gerne auch Updates zu. Generell auch, was bei Aline und Co. angeht oder abgeht, könnt ihr mir natürlich auch immer alle schicken. Ansonsten bin ich natürlich auch selber unterwegs im World Wide Web. Und folgt mir auf jeden Fall gerne bei Instagram, Twitter, wenn ihr wollt. Und gerne auch bei TikTok, ist unten auch verlinkt. Und dann, ja, werdet ihr nichts mehr verpassen. Auf jeden Fall geht es morgen wieder weiter mit der täglichen Dosis Trash. Ich verlinke euch noch das letzte Anne-Wünsche-Video. Da geht es dann auch um ein Placement, wo man sagen muss, Mensch, ist das so cool. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reingucken, was sie dort so beworben hat. Gerade schwangere Leute sollten sich das vielleicht mal angucken. Könnte auf jeden Fall für euch interessant sein. Das soll es dann für heute gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann kann ich euch nur versprechen, dass es morgen wieder trashig wird. Bis dann und ciao, ciao.